Bei deinem Asus Tor NAS ist eine sichere Verbindung besonders wichtig. Wer sein NAS über Tailscale nutzt, bekommt zwar bereits eine verschlüsselte VPN-Verbindung über HTTP oder HTTPS, doch ein TLS-Zertifikat wird nicht automatisch erstellt. Ein TLS-Zertifikat authentifiziert die Identität einer Website und ermöglicht eine verschlüsselte Verbindung zwischen Webserver und Browser. Es sorgt für sichere Internetverbindungen und schützt vor Datendiebstahl oder Manipulation. Webseiten mit TLS nutzen das HTTPS-Protokoll und zeigen ein Schlosssymbol in der Adressleiste. Vor allem Firmen sind darauf angewiesen, dass ihre Verbindungen sicher und zertifiziert sind, um Nutzerdaten zu sichern und Vertrauen zu schaffen. Ohne TLS wird im Browser eine Warnung angezeigt, dass diese Verbindung nicht sicher ist. Tailscale ermöglicht eine automatische Zertifikatserstellung für die jeweiligen verbundenen Devices. Anstatt sich manuell um Zertifikate von Let's Encrypt oder anderen Anbietern kümmern zu müssen, übernimmt Tailscale diesen Prozess selbstständig. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Zuerst müsst ihr SSH aktivieren und einen Ordner in Public mit dem Namen Cert erstellen. Dann geht ihr in euer Tailscale und aktiviert HTTPS. Jetzt kopiert ihr die Tailscale-Adresse mit der Endung ts.net eures NAS und öffnet eure Kommandozeile. Dort gebt ihr ein SSH und euren Usernamen at DIP oder DNS eures NAS und wechselt mit CD in euren Cert-Ordner. Wenn ihr in eurem Cert-Ordner in Public seid, gebt ihr ein Tailscale-Cert und die Tailscale-Adresse. Nach kurzer Zeit wird das Zertifikat und der Key in euren Ordner geladen. Diese könnt ihr jetzt im ADM runterladen und dann im Zertifikatsmanager wieder hochladen. Jetzt kann das NAS sicher über HTTPS erreicht werden, ohne dass eine Portfreigabe oder ein separater DNS-Dienst erforderlich ist. Das bedeutet nicht nur eine höhere Sicherheit, sondern auch eine einfache Einrichtung, da keine Zertifikatsanforderungen mehr notwendig sind. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass Browser-Warnungen wegen unsicherer Zertifikate der Vergangenheit angehören. Wer das Asus Tor ADM über den Browser aufruft, erhält eine vertrauenswürdige HTTPS-Verbindung ohne Sicherheitsmeldungen. Mit Tailscale wird der Zugriff auf das Asus Tor NAS also nicht nur sicherer, sondern auch komfortabler. Keine komplizierte Zertifikatsverwaltung, keine zusätzlichen Kosten für TLS-Dienste. Einfach einrichten und von einer verschlüsselten Verbindung profitieren.